Musik 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 Das angebotene Grundstück liegt in einer ruhigen Siedlungslage in einer Sackgasse in Stattersdorf, grenzt im Westen an den Mühlbach, und ist über die Hannuschgasse erreichbar. Auf dem Grundstück befinden sich eine Fertigarage aus dem Jahr 1983, sowie ein Gartenhäuschen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Remax Wir geben Ihren Träumen an zu Hause. Musik 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 Musik